hallo und herzlich willkommen zu einer neuen ausgabe der griefer games leute die das erste thema über was wir heute reden werden ist dass auf wunsch der community oder auf wunsch von ab ich weiß jetzt nicht ganz genau auf wem ich denke mal auf wunsch der community wurden die spawnplots auf citybit 12 wurden jetzt ein paar spawnplots verlost weil sich das mal wieder die community gewünscht hat so leute finde ich recht nice wie man daran teilnehmen konnte da gibt es einen beitrag im forum dazu und wie man wissen kann dass man dieses blot gewonnen hat ist ganz einfach entweder bekommt ihr eine nachricht vom content auf welchem citybild ihr halt normalerweise spielt musste man da alles eintragen dann hat man eine nachricht vom content bekommen oder man hat eine forum nachricht bekommen so leute das war auch schon die erste news jetzt kommen wir zu der zweiten im moment leute ist der preis kaputt von beacons also wirklich das moment geht wieder in keller war halt der bot gerade weg ist und weil jetzt wieder weniger da sind und man jetzt wieder mehr leute produzieren geht er gerade wieder in keller der lag ich sag mal jetzt zwischenzeitlich so bei fünf bis 700 dollar jetzt geht er wieder so sechs 400 dollar also 400 bis 600 dollar ist er jetzt wieder so leute denn ist aber auch der bot auf citybild 11 ist jetzt schon weg leute weil da haben jetzt alle ihre beacons verkauft gespielt natürlich auch wieder mehr geht in der wirtschaft und deswegen können sich jetzt immer mehr leute in merce sonstiges leisten was ich eigentlich richtig geil finde aber es gibt natürlich auch leute der die reichen haben natürlich doppelkistenweise beacons verkauft und haben da ordentlich profit rausgeschlagen leute so was mir letztes hat auch noch aufgefallen ist dass viele hacker items aufgetaucht sind sowas wie so ein schwert mit not back 9999 oder ein stock mit sowas was ich eigentlich recht komisch finde weil das kann eigentlich nur letzter zeit rausgegeben sein oder es in letzter zeit hat irgendein hacker das mal gemacht aber ich denke mal das ist eher unmöglich in letzter zeit dass wirklich ein hacker sowas gemacht hat das muss ja auch irgendwann mal vom admin rausgegeben sind und diese teile sind auch genehmigt und manche meiner kumpel zu würden sich auch zum teil holen aber ich weiß jetzt nicht genau wer es hat auf jeden fall gibt es da schon öfters leute was mich allerdings ein bisschen verwundert dass sie jetzt in letzter zeit nur so gekommen wenn normalerweise sollte man die eigentlich hätte man da schon früher bemerkt wenn mehrere leute sowas hätten aber ist eigentlich jetzt erst so in letzter zeit auf gekommen also musste das wurde seit dem erst so in letzter zeit rausgegeben denke ich mal so leute dann wurden aber auch noch wurde ein perk vergünstigt wie ihr jetzt seht wurde der startkick auf 350k gemacht ich würde euch empfehlen und clear chat wurde auch vergünstigt und ja das sind glaube ich somit die einzigen die slow chat auch noch ja mute tab ist jetzt kostet immer noch so viel und no power perk war glaube ich früher mal günstiger das wurde sogar teurer macht das einzige perk was ich hier wirklich lohnen würde wären diese beiden die anderen lohnt sich eigentlich gar nicht weil da kann man sich auch einfach einen höheren rang holen leute wenn man das wirklich haben will okay hat anscheinend jemand vielleicht schon sowas hingerufen auch nicht schlecht und leute die netz die letzten news von heute ist man kann jetzt sehen wann man wieder booster freie kisten hat und zwar geht das mit dem befehl slash cool downs denn sie gibt es einfach nochmals kopf dahinter ein wenn du es gleich guter dann weißt du ganz genau wann man dann wieder im kopf rat da finde ich eigentlich recht cool weil das mal viele wieder haben wollten dass man sowas sehen kann weil früher konnte man das ja immer nicht sehen eine zeit lang und ja leute das war es eigentlich auch schon von der google games news wenn es euch gefallen hat gerne mal like abo da lassen und die glocke aktivieren dann würde ich sagen bis zum nächsten mal ciao